Hallo meine Freunde, wie kannst du mal den Video von Hürdenbox? Wie kannst du mal ein Video meine Freunde? Samra Sein, den Rapper, Anni Müh, Mann. Wir waren früher Kumpels und haben bei Gianni Amiba Alpagan gerappt, Mann. Und Samra macht die Ehre und zeigt seinen Kumpel, Mann. Respekt an dich Samra, Mann, hast du gut gemacht, Mann. Anni Müh macht Bäm, Bäm, Kram mit Deutschrap, Mann, wie es sein muss. Wie der harten Rap, Alter, und diese L-L-L-Schette, Mann. Erbräutig ist der harten Rap, Mann. Respekt an Samra, Mann. Du stellst alle für ein Album. Und Anni Müh, Mann, Respekt, Mann, aber gib Gas, Mann. Wenn du diese L-L-L-L-Chance auch machst, dann ist es vorbei, Mann. Also Anni Müh, gib dir Mühe, Mann. Und so ein Boss hat dich im Auge, du weißt Bescheid, Mann. Und dann Samra Respekt, Mann. Ich freue mich auf dein Album. Und wir stehen zum nächsten Thema, Mann. Kollegah und Farid Bäm machen 2 Millionen Stoings, Respekt an euch, Mann. Bis zum Auge habt ihr den Mainstream ge... Bäm, Bäm gemacht habt ihr den Mainstream. Ihr habt ihn zerfickt. Meine Freunde, ihr habt den Mainstream zerstört, meine Freunde. Ihr habt ihn gut gemacht. Wie wie der Arzelt und das ganze L-L-L-Bäm. Ihr ist doch beschickt, Mann. Okay, meine Freunde, das war so ein Video von Null und Boss. Abonnieren und liken nicht vergessen, meine Freunde. Und ciao, Mann.